Musik Die Pilotkunden haben die höchste Priorität. Wir werden jetzt die Daten migrieren von den Pilotkunden und sind schon ganz gespannt auf das erste Feedback und zu sehen, wie die Software live auch funktioniert. Alle Hände auf den Buzzer und ich würde sagen, wir zählen jetzt alle von zehn runter. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Start. Wir sind da sehr, sehr froh und stolz, dass wir diesen Go-Live heute hier auf der CeBIT gestemmt haben. Jetzt geht es darum, die nächsten Wochen weiter den Drive aufrecht zu erhalten, dass wir das ganze Ding dieses Jahr ordentlich wuppen. Die K1-Software ist innovativ, modern. Für jedermann geeignet und ansprechend. Sexy. Der Marktstart von K1 ist am 13. Juni 2018 um genau 11.30 Uhr auf der CeBIT Halle 14, Stand J58. Musik Ich fühle mich im Moment sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass wir live gegangen sind und bin schon ganz gespannt auf die nächsten Tage. Ich fühle mich erleichtert, dass wir jetzt im Moment mit der K1-Software online sind. Das war ein Kraftakt. Ich glaube, der Erfolg gibt mir recht. Wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf die Kolleginnen und Kollegen. Musik 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 Musik